Ähm... 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 Nein 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 meinen Goddenker! ...das ist das mehr.. Lachen Ты mir das Video nicht über PSN schicken? Da- Dein Video zumindest?! Ich spechere dir jetzt den Video Glück. Oh, verdammt. Wie lang der ist und wann der gestartet hat. Mein Videoclip startet bald. Wo wir mit in der Lobby sind. Wenn wir in die Runde gehen wollen. Ja, schick. Schick ihn rüber, auf jeden Fall. Mir fehlt das halt. Dann nehme ich einfach deine Runde. Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich dir das irgendwie schicken kann. Na klar. Was wollen wir danach sagen? AIDS-Packs? Ja. Die haben in der Stammzellforschung es geschafft, einen HIV-Patienten komplett virenfrei zu machen, indem sie komplett neue Stammzellen initiiert haben. Digga. Die glauben auch, Pandora wäre echt, oder? Ne, das haben die geschafft. Das haben die geschafft. Nur das ist leider... Das ist leider nur der zweite Versuch und da gibt es leider noch keine ausführlichen Studien. Und die wissen ja auch nicht, ob das auch auf längere Zeiträume so bleibt. Weißt du? Ja. Solche Geschichten, aber... Ist das schon mal ein guter Schritt irgendwie zu genug? Ja. Ich hab zwei mit, äh, Erste-Hilfe-Geräte. Guck mal einen mit. Ja, warte. Guck mal. Ja, ich hab nämlich so... Ich hab nämlich ein Add-On, äh, Nadel und Farb, äh, Add-On für die Erste-Hilfe-Geräte. Nicht wirklich ein medizinisches Gerät, kann aber dazu nutzen werden, kann aber dazu genutzt werden. Und... Schnell und schmerzhaft, eine Wunde zu verschließen. Oh, oh. Was ist das hier? Ein, äh, medizinisches... Was medizinisches, geeignetes Band zum Verschieben, hier zum Verschließen. Kleinere Wunden. Ja, nämlich auch mit, äh... Ja, dann nimmst du... Klares... Warte, was auf hier? Klares Ring... Reagenzglas. Was ist euch da? Verringert... Leicht... Den... Schwarzen... Schleier. Hä, was ist das? Schwarze Schleier? Ja, das ist so, dass... Dass du weniger sehen kannst, aber der Killer hat die Schleier nicht vor Augen. Ich seh weniger. Ne, also du bin der Killer, äh, ein Opfergabe einsetzt wegen schwarzer Schleier, dann wird der für dich verringert, falls er das einsetzt. Was hast du noch? Ich hab noch, äh... Locus... Lorbeer... Äh... Duft... Säckchen... Äh... Gewährt 50% Bonusbußenpunkte... Ja, küsst... Ohne her gibt's nur Punkte. Nehm mit. Willst du Ammoderation machen? Ja, ok, 3... 2... 1... 0 rögelung... 3... 2...